DDS-CAD 18 unterstützt Sie jetzt noch mehr darin, elektrische Leitung effizient zu verlegen. Wenn Sie innerhalb eines Verlegesystems eine elektrische Leitung einfügen, können Sie die Funktion im Kontextmenü Kürzeste Route zum Verteiler finden, aufrufen und so eine Verbindung vom Verbraucher zum Verteiler herstellen lassen. Mit dieser lässt sich auch gezielt und individuell prüfen, ob eine gewählte Leitung bei Veränderung des Systems den kürzesten Weg vom elektrischen Verbraucher zum Verteiler nimmt. Nach der Prüfung zeigt Ihnen die Software den ermittelten optimalen Pfad an und Sie können den vorgeschlagenen neuen Kabelweg per Mausklick übernehmen. Diese Funktion verschafft Ihnen insbesondere bei Veränderungen des Verlegesystems eine erhebliche Arbeitserleichterung und senkt den Materialaufwand und die Kosten.